herzlich willkommen zurück bei sims 4 und zwar sind wir letztlich mal stehen blieben mit beförderung und so und gitarre spielen und hier beförderung ja gucken wir mal weiter wie es weitergeht so was braucht er lassen wir den mal duschen jetzt geht es ging erst nicht so die malt so wann hat die in drei stunden muss ich los ich hab mal hintergrundmusik mit rein gemacht das ist doch ein wenig besser aber ein kleines bisschen leise halt also leiser gemacht die noch nicht in eine gruppe ist also der stammbaum also und das hier was sie schon wie oft die gekocht hat und so noch kein destel messe gehabt ok noch hoch und runter ziehen ok da spielt gitarre ach die ist jetzt fertig in drei stunden erstmal hier verkaufen das schöne stückchen und es gab ja erst ein badge also ein update von sims weil ja am freitag kommt und hund und katze das addon raus offiziell da gab es äh gab es gestern oder vorgestern schon ein update ja ein paar sachen neue klassisch 75 sollte noch malen zwei stunden hatte noch zeit wie sieht es bei denen aus in drei tagen dann auch schon alles abgeschlossen hier ja was machen wir mit ihm müssen wir ein wenig genau trotzdem üben mit ihm die mal noch schön fertig mit ihr müssen wir noch ein wenig reden und so wie weit ist hinten die denn romantische interesse schauen wir mal ob das irgendwann klappt na der ist bei der level auf auf hier und zwar bei fähigkeiten bei der level 4 die ist schon mal gut in einer stunde muss sie fahren auf die arbeit bis sie sagt schauen wir mal ob die gleichzeit ist das wärs level 4 oh schön schwere klassische gemälde und mittel mittelmäßige schwere klassische gemälde ein fertigen kann jetzt auf gitarre ich schämen er kann zudem die dann aus dem rock spielen rock spielen ja schon fertig mal sehen wie viel uh wir kriegen langsam mehr geld so die wird jetzt bald auf die arbeit gehen müssen ja in eins zwei und jetzt dann viel spaß auf die arbeit mit level 4 ist ja schon aber ich denke mal sprechen üben und so müssen wir bestimmt auch schau mal ob wir was kaufen können auf jeden fall kann man jetzt ein machen. Und zwar mit STRG und C. Eigentlich. Warum machten die schon wieder so komische STRG und C. Eigentlich müsste ich es gehen. Ganz normales Dach will ich haben. Hä? Habe ich hier auf jeden Fall Kammer. Jetzt hier das Dach ein wenig länger machen. Perfekt. Sieht besser aus. Ja. So lassen wir es erstmal. So sieht es mir nicht mehr so schlecht aus. So und noch eine Fernseher. Wollte es ja gucken, ob sie einen größeren Fernsehen leisten können schon. Na. Wollen wir sehen. Wohnzimmer hier. Büro. Nein, 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 nein. Wohnzimmer ist hier. Jetzt. Oh. Okay. Ab 1000 geht es los erst. Haben wir so einen Untertisch. Können wir das zum Beispiel schon kaufen. 150. 180. Der ist nicht mehr so schlecht, finde ich. Ne, dies. In verschiedenen Farben natürlich. Hm. Wollen wir jetzt mal weiter spielen. Dass wir mal mehr Geld haben und zum Beispiel noch im Fernseher kaufen können. Oder irgendwie sowas für die Wohnzimmer. Weil so viel haben wir ja noch nicht. Wir haben bis jetzt nur die Küsse richtig schön gemacht. Kann ich mal alles zeigen hier. Ach ohne diese Wände oben drauf. Okay. Ja, das wird auch erstmal reißen. Für die Küse. Machen wir so. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Hintergrundmusik stört bei Gitarre. Aber ich glaube nicht so wirklich. Was könnte denn der noch lernen zum Beispiel? Malen zum Beispiel. Was hat denn der hier malen auf eins? Was bringt noch Geld? Ach dieser Dichter. Mhm. Okay. Okay. Jetzt ist er inspiriert, da kann er ein bisschen gut malen. Kann sogar singen noch dabei. Ein bisschen ran zoomen hier. Hm, was könnte nicht sein, sie sieht aus wie eine Frau oder sowas. Ich kann mich aber voll täuschen, total zutäuscht, sie soll ein Lama werden. Hm, jetzt habe ich gedacht, das ist eine Frau mit rosen Haaren, habe ich gedacht, habe ich erst gedacht, das ist... Hm, mal da ein Lama, ein Lama Kopf. Soll ich auf jeden Fall darstellen. Jemanden anrufen will, der Weltkulturkanal schauen. Aha. Trinkgeld verdienen. Okay, auf die Straße hingehen und... Aha. Na, Level 2. Und fertig. Und viel. Ja. Etwas 40€. 48€. Mehr verdient. So, was fehlt denn? Ja, eigentlich. Auf den Klo gehen. Kann er mal... Haben wir noch was zu essen? Ja, freilich. Wir müssen mal gucken. Was ist sieben Tage, äh, fünf Tage. Wir haben auch fünf Tage, vier Tage, das ist sie, fünf Tage. Vier Tage, also das da und das hier. Wir müssen zuerst Frühjahr mit Toast oder Grillkäse. Jetzt soll mal Grillkäse essen. Und dann haben wir sie auch. Also nicht wundern, jetzt ist auch oben links mein Name. Wenn nun mal Cesar gehen. Das ist auch mein Video ist. Und jetzt soll niemand anders geklaut ist oder so. Oder klauen kann. Vielleicht mache ich es irgendwann auch mit Facecam. Mal gucken. Na, schmeckt's gut. Ausgezeichnet. Wurde jetzt das gekocht. Wie das schmecken würde. Das ist nur Käse. Sieht aus wie Toast mit Käse. Ah, Hatsuyabe! Scheint gut zu schmecken. Ziemlich lecker. Das war ein rechtlich köstliches Gericht. Okay. Aber der soll ja auch mal selber mal kochen. Ah, hier gibt's den Willi. Mhm. Sommer. Summer. Ah, das ist ein Kollege. Okay. Lauter Kollegen hier. Noch dabei. Schauen wir mal. Ah, das könnte man noch machen. So, gegessen hat er. Einer Key. Wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr. Na, soll er noch mal malen. Für 50 Euro. Oder Simslons. Mal sehen, wie viel man rauskriegt. Machst du wieder ein Lama? Wollen wir mal gucken, was er macht. Diesmal. Ah, das sieht aus wie irgendwas mit draußen. Vielleicht ein Haus im Grün oder so. Mal gucken. Ah, jetzt wurde das... Ah, Nacht. Hab ich überhaupt hier Lampen drin? Naja, ich seh grad. Ich hab glaub ich kaum Lampen im Haus drin. Können das eigentlich schnell mal machen. Ein paar Lampen. Ein paar... Wohnzimmerlampen. Was gibt's denn hier schönes? Ah, sieht schon mal besser aus. Ich tue erst mal ein paar Lampen rein. Dass ich noch keine Lampen drin hab. Nicht genügend Geld. Auwa. Wie ist die da? Ist Lampenkummer? Ah. So. Wollen wir mal das list. Automatisch list. Eine Liste. So. Dass nur eins an ist. Wo da drin ist. Ach ne Melone wird's. Naja. Ich hab gedacht, ein Haus im Grün. Also auf dem Land. Mal wird es eine Melone mit Äpfeln. Nicht schlecht. Und wie viel haben wir raus? Ein Hunderter. Oh. Oh. 60 Euro gut gemacht. Jetzt schlecht. Ja. Okay. Das war's erstmal für diese Folge. Dann sag ich's mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn's euch gefallen hat, den Daumen nicht vergessen. Und noch ein dickes Asphalt. Tschüss. 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 Vielen Dank.